Hallihallo kümmer Freunde, ja, wir sind in Königs Gitter auf dem Teil Köhlerplatz und ja, noch ist das Wetter recht bescheiden, aber jede Menge Schausteller haben den Weg schon gefunden, ja, ja, trotz des Regens und gestern haben wir schon mal geguckt, was die auch vorarbeiten machen und morgen geht es dann hier los, ja, schön wird es, glaube ich, ne, wir gucken mal gleich, was wir hier alles verbieten haben und ich kann euch eins versprechen, es wird familienfreundlich, was die Angebote angeht und ja, das gucken wir uns gleich mal alles ganz in Ruhe an und ja, in dem Sinne würde ich sagen, kommt mal mit und wir drehen mal ne Runde Oh, hi, habt ihr schon gesehen, ist von Nachtigall da, kleine Butterfly, mega schön, macht auf jeden Fall Lust auf mehr, eine ganze Reihe Spiel und Spaß haben wir hier Also, Verlosung, Malzkuchen, Ball werfen, Ball werfen, da hinten machen Zuckerwagen mit allerlei Leckerei, was man auf der Kürmesser haben will Immer im Kreise rum, hier für die Kleinen, auch in der Karussell Ganz bisschen wilder, auf und ab, über Werk und Tal Und hier im Scooter, für die etwas Älteren, noch ist ein bisschen flach, aber ich glaube, das geht noch höher, oder? Auch Sonne haben wir bestellt zum Wochenende, also ich weiß nicht, was es jetzt noch für eine Gründe gibt, nicht mal hier vorbeizugucken Und, äh, ach so, Essen gibt's ja auch noch, ne? Chaps, Bratwurst, Pommes, alles, was das jetzt begehrt, was auf eine ansteige Rummel gehört So, und wie gesagt, und morgen Mittag geht's los hier und dann das Ganze bis zum Montag, also runter vom Sofa, rauf auf die Kürmesser Und wir sind natürlich auch hier, machen so ein paar schöne Videoaufnahmen Und, äh, so, hoffe ich, ihr stört euch nicht daran Kinder werden natürlich wieder ausgeblendet, so gut es geht, oder halt aufgenommen Und dann verpixelt, aber auf jeden Fall nicht veröffentlicht So, in dem Sinne, wir sehen uns 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 Kirmesfreunde 38 Runter vom Sofa, rauf auf die Kirmes